American Football, Sport Nummer 1 in den USA. Doch warum sind die schweren Jungs so beliebt? Ein Sportartikelhersteller ging der Sache auf den Grund und drehte die wohl coolsten Werbeclips rund um das Lederei. Mason Crosby, Kicker der Green Bay Packers und bekannt für seine Lausbubenstreiche. Chris Chambers aus San Diego. Ständig muss er die Pille in seiner Kumpels fangen. Doch nichts leichter als das. Lawrence Mahoney für den Running Back der Patriots gibt's immer ein Durchkommen. Jason Campbell, der Quarterback der Redskins, wirft die besten Pässe der Liga. Hier der Beweis. Chris Cooley aus Washington. Sein Name ist Programm. Die coolen Jungs aus der NFL. Wie machen die das nur?